Matthias Völchert Chancen verlieben sich Wie Partner sich immer wieder neu entdecken können Gelesen von Klaus Fester Eine FamilyLab.de Produktion Vorwort Ja, wie schaffen wir es, unsere Verliebtheit in eine währende Liebe zu wandeln? Für die ganz Schnellen unter Ihnen hier die wichtigen Punkte, wie ich sie erlebe. Unbedingtes gegenseitiges Vertrauen Wissen, dass ich als erwachsener Mensch allein bin, allein und dennoch mit allem verbunden Mir sicher sein, dass ich den Partner nicht ändern kann Fair miteinander umgehen Den Partner so akzeptieren, wie er ist und mich auch so nehmen, wie ich bin Gemeinsame Werte finden Sich neu entdecken wollen Falls das manchen zu schnell ging, führe ich diese Erfahrungen im Folgenden noch etwas weiter aus Diese Beschreibungen sollen sie inspirieren und nicht belehren Jedes Paar muss für sich den richtigen Weg finden Und trotzdem gibt es Erfahrungswerte, die bei den als glücklich beschriebenen Partnerschaften gelten Wenn ich es in drei Worten zusammenfassen will Respekt, Fairness, Anziehung Respekt mir gegenüber einfordern und auch respektvoll dir gegenüber sein Fair miteinander umgehen Die Anziehung genießen, die uns geschenkt ist und die wir nicht herstellen können Respekt und Fairness können wir trainieren Die Anziehung entzieht sich unserem Wollen Ach ja, und wenn Sie ein ganz sicheres Mittel suchen, wie Ihre Beziehung misslingt Dann nehmen Sie sie einfach nicht als die wichtigste Sache der Welt Sondern kümmern Sie sich um alle möglichen anderen Dinge Als nächstes verstehen Sie unter bedingungslosem Zusammenhalt bedingungslosen Gehorsam Und führen Streit so lange, bis Sie sich verletzen Oder Sie streiten sich nie und tun, als ob Sie immer eins wären Wenn das noch nicht reicht, Ihre Partnerschaft zu ruinieren Dann versuchen Sie es mit Unterdrückung, Drohung und Gewalt Und wenn Sie dann immer noch nicht miteinander fertig sind Dann bleiben Sie eben zusammen Dann hilft dieses Hörbuch auch nicht mehr Ziel dieses Hörbuchs und meiner Beratung ist es, Paare und Menschen allgemein Bei der Suche nach neuen Wegen in der Beziehung zu unterstützen und zu bestärken Heute finden wir eher ein zu viel an Theorie und Wissen vor Und ein zu wenig an Beziehung Wenn ich in Beziehung komme, lasse ich die Maske fallen Dann spiele ich nicht Partner oder Mann oder Frau Sondern ich werde immer mehr ich selbst Ich mute mich sozusagen mir und dann dir zu Mit allem, was ich bin und nicht bin In dem, was in den nächsten Minuten folgt, geht es um Grundwerte Wie etwa die Verantwortung für das zu übernehmen, was wir in der Beziehung gemeinsam geschaffen haben Partner sollten dafür Verantwortung übernehmen, was in ihren Beziehungen möglich ist und was nicht Können Sie akzeptieren, dass nur Sie in der Lage sind, Ihre Beziehung zu verändern? Dafür ist es möglich, sich gelegentlich von außen Hilfe zu holen Aber zu einer echten Veränderung wird es nur kommen, wenn alle am gleichen Strang ziehen Und bereit sind, auch dorthin zu gucken, wo es vielleicht weh tut In die eigene Seele Dieses Hörbuch soll als Grundlage und Anstoß für das eigene Weiterdenken dienen Und Sie ermutigen, gemeinsam eine Lösung zu finden Diese Lösung könnte das Zusammenhalten ohne Wenn und Aber zur Grundlage haben Ein bedingungsloses Zusammenhalten, das nicht auf einer Garantie beruhen muss Das schon gar nicht eingefordert werden kann Dieses Zusammenhalten könnte unabhängig vom Zusammenbleiben sein Damit wäre es ziemlich frei von persönlichen Interessen Und Ihr gemeinsames Wohl könnte im Zentrum Ihrer Handlungen stehen Dann stünde die menschliche Verbundenheit zwischen Ihnen als Partnern im Vordergrund Dann wäre das Gefühl der Zugehörigkeit wichtiger Als das täuschende Gefühl, den anderen besitzen zu können Wäre dieser Stein des Anstoßes zu weit geworfen? Wäre es besser, doch lieber alles so zu lassen, wie es ist? Zur Sicherheit? Einer Sicherheit, die uns fast umbringt Und sich am Ende einfach aus dem Staub macht? Diese Gedanken erscheinen uns vielleicht fremd In einer Zeit, in der wir Arbeit als weisungsgebundene, abhängige Beschäftigung beschreiben Gehen wir oft auch mit unseren Beziehungen ähnlich um Wir verbinden uns nach vorgegebenen Ritualen und bringen uns in gegenseitige Abhängigkeit Gehorsam wird eingefordert und ist gewünscht Das so zu formulieren, ist keine Breitseite gegen die Ehe Es ist eine Breitseite gegen unseren Umgang mit Ehe Die Sicherheiten, die wir mit dem Schwur der ewigen Treue zu erkaufen trachteten, gab es nie Und noch schlimmer, gerade diese Sucht nach Ewigem, Garantien, Absolutem, Einheit hat uns in die Misere gebracht, die Millionen von Beziehungen heute erleben Das Hörbuch durchzieht eine Hoffnung Dass Veränderung unsere Beziehungen und Ehen nicht nur überfällt, sondern dass wir sie bewusst zu gestalten vermögen Wenn wir das Interesse füreinander und am eigenen Leben behalten Eine weitere Motivation, dieses Hörbuch zu machen, kommt aus der entgegengesetzten Ecke Aus der Abneigung gegen das Überhandnehmen des Alarmismus Jener panischen Haltung der Zukunft gegenüber, mit der in unserem Kulturkreis Aufmerksamkeit erzwungen wird Die große Aufgabe unserer Zeit ist das Herstellen von Beziehungen In Ehen, Familien, Schulen, Unternehmen Die sich durch Individualismus, die Informations-, Bildungs- und Wissensgesellschaft Und die Globalisierung eher bedroht fühlen Damit Beziehungen Gestalt annehmen und Wirklichkeit werden können, brauchen wir neue Absprachen Die Gegensätze achten und Gemeinsamkeiten hervorheben Die Unterschiedlichkeit als Herausforderung und Bereicherung begreifen Und den eigenen Standpunkt auf den Markt der Ideen, Vorstellungen und Ansichten einbringen Deshalb soll dieses Hörbuch Mut machen, die eigenen Dinge in die Hand zu nehmen Getreu der Aufmunterung eines wunderbaren Lehrers, der unsere Kinder motiviert, neue Aufgaben mit dem Wahlspruch anzugehen Ich kann es und ich tue es Ich möchte Sie gerne dazu gewinnen, genauer bei sich hinzuschauen Manchmal ist dazu professionelle Hilfe nötig Die gibt es und es tut gut, sich einem anderen Menschen zu öffnen Wenn es nicht vorwärts geht, in Beziehung zu Partnern, Kindern, im Beruf Wenn ich mich unwohl fühle, unerklärliche Angst spüre, wenn Hilflosigkeit ein vertrauter Zustand geworden ist Wenn Freude kein selbstverständlicher Teil meines Lebens mehr ist Was können Sie gewinnen? Sie können Ihren Schmerz anschauen und verarbeiten So, dass Ihre Seele nicht mehr weint, wenn Sie an alte Erfahrungen rühren, sondern diese Wunden heilen Die Narben bleiben und erinnern an das, was war Sie können den Zusammenhalt mit Ihrem Partner gewinnen, der Sie beide weiterträgt Dann sind Sie frei für Neues Ein neues Glück zu zweit Ich wünsche Ihnen auf diesem Weg Standhaftigkeit Dass er auch schmerzhaft ist, wissen Sie selbst Ich will Sie bestärken und ermuntern, loszugehen Denn bisher gibt es keine Erkenntnisse, dass wir uns anders aus diesen Verstrickungen lösen könnten Die Methode ist zweitrangig, sie bleibt Mittel zum Zweck Der Zweck ist die Heilung der Wunden, das gelingt durch Anschauen dessen, was war Das gelingt am besten durch Austausch mit guten Helfern und durch Reflexion mit dem Partner Dafür brauchen Sie Vertrauen Ich wünsche Ihnen die Kraft zu vertrauen Vertrauen Sie auf einen guten Ausgang Das ist für mich eine Hoffnung, die sich in diesem Hörbuch vielleicht auch für Sie ausdrückt Dass wir zuversichtlich sein können, dass wir uns auf das Morgen freuen können, dass wir etwas unternehmen können, dass wir unsere Beziehungen verbessern und die Chancen nutzen können, die sich verlieben Und dass wir mit einem Augenzwinkern akzeptieren, dass es ist wie es ist und gut wird gut, wie die Rheinländer wissen Ich wünsche Ihnen und Ihrem Partner den größtmöglichen Nutzen aus diesem Hörbuch Ihr Matthias Völchert Sie hörten eine Hörprobe aus Chancen verlieben sich Wie Partner sich immer wieder neu entdecken können Von Matthias Völchert Gelesen von Klaus Fester Eine FamilyLab.de Produktion Informationen zu diesem und weiteren Hörbüchern finden Sie im Internet auf der Verlagswebsite www.cclive.de